Grüß euch! Freut mich, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich ein besonderes Lied mitgebracht. Das Ding hat wieder drei Stoffen. Heute hören wir die erste. Und die erste darf ich all jenen widmen, die mahnen, dass die Krise kein ist und dass das alles kein Problem ist. Und dass das ja eigentlich auch nur einfach eine Krippewelle ist. All denen darf ich sagen, geht's einfach ins Krankenhaus, helft's zusammenwaschen. Das reicht schon, um vielleicht auf die Idee zu kommen, dass das doch ein bisserl ernster ist. Aber für die habe ich ein paar Wörter mit auf dem Weg. Ein Kutscher, der tut für das Fahren von einem Herrn. In der Nacht in der Leopold-Stock drei Guiden begehren. Ja, der Herr sagt, ich zahl einen Guiden bloß nur, weil ich mein, für eine Viertelstunde fahren war das genug. Darauf geht mir der Kutscher so, es geht ohne von mein Wort. Dankeschön. Bleibt's gesund. Bleibt's daheim. Bubz 2 92 82 82 83 statute